Oh, was bist du, Klein-Kurze-Käbscher? Ne Teile. Komm mal, angele. Werbefernsehen. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Bonbon von meinem Großvater bekam. Es war Werthers Echte. Und ich war vier. Ich hatte ein bisschen Mühe, das glitzernde, goldene Bonbon auszuwickeln. Aber dann, ich werde nie diesen ersten Geschmack vergessen. Süß und zahnig und unheimlich gut. Ich spürte, du musst was ganz Besonderes sein, wenn dein Opa dir ein so wunderbares Bonbon schenkt. Ja, nun bin ich der Großvater. Und was sonst wohl würde ich meinem kleinen Enkel geben, als meine Werthers Echte? Er ist nämlich auch was ganz Besonderes. Mh. 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 Trinkgenuss. Nur das Beste aus der Frucht. Pfirsich ab. Mh. 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 Mein Käppchen ist härter wie ein Papa, sein Vorschlaghammer. Alles sollte so stabil sein wie ein Samsonite. Noch mehr Karamell, noch mehr Krispies, noch mehr Schokolade, back ihn, beiß ihn, erleb ihn. Ein bisschen Lampenfieber gehört zu jedem Auftritt dazu. Und natürlich mein Rexona, denn Rexona ist nicht nur ein besonders gutes Deo. Ich mag auch seine Parfums, wie das neue Royal Blue, ein eleganter Duft. Schön. Rexona lässt sie nicht im Stich. Ja. Mit Rexona fühle ich mich wohl. Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenwanne brüllt. Ah, fertig, komm ich durch, fertig, komm ich durch. Meine Heimat ist Hawaii, aber jetzt bin ich Pintauspalmen. Mistwetter. Trotzdem, mir geht's hier einfach bestens. Ich krieg ja auch jeden Mittwoch mein Substral. Hm, das brauchen wir jetzt immer pflanzen. Ich fühl mich hier wie zu Haus. Substral, bestens für die Natur zu Haus. Sieben, acht, neun, zehn, ich komme! Was wäre, wenn? Wenn aus Spiel ernst würde. Wenn dieses Kind auf einmal allein da stünde. Wenn es ohne Eltern zurechtkommen müsste. Was wäre, wenn? Fragen, auf die es mit Sicherheit eine Antwort gibt. Lebensversicherung. Damit sichern Sie Ihre Familie ab und sorgen finanziell vor für später. Lebensversicherung. Leben braucht Sicherheit. Sie hören nun ein Soja-Konzert. Soja, 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 Soja. Oh, so ist ja. Soja, 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 Soja So ist der Deivel los, die Affe sind besufft. So haben sie Fleisch mit Schnaps geklaut und haben sie ausgesucht. Die Wächter haben sie vollgemacht, bis an sie gerade knoppt. Dann haben sie sie ganz nass gemacht in ihrem tolle Kopf. Die Elefante sind nicht be, sie kriegen die Pflegefang. Und die Giraffe, Männer, gerade wäre ein Glätterstang. Die Leve, Labe, Rotten im Kreis und Klabe, sie sind leer. Um jedem Leben, da sitzt er ab, als wenn sie Reiter wär. Doch soe Affe-Tirgos ist einfach schön. Die grächtet ihre Leere, die kleine Molper stehn. Mit soe Affe-Tirgos ganz ohne Geld. Doch Kindespaß, wir Gräser sind manchmal in der Welt. Morgen, was gibt's denn heute? 40 Grad Wäsche. 40 Grad? Vergiss es, so'n Schmutz muss ich kochen. Denkste, 40 Grad Wäsche. Vergiss es, zu schmutzig. Für'n Vollwaschmittel vielleicht, aber nicht für VIP-Express. VIP-Express? So viel Kraft hast du bei 40 Grad noch nicht erlebt. Bitte, wenn du meinst. Hat das Kraft, unschlagbar stark. Schon alles sauber? Siehste? Boah, ist das stark, das VIP-Express. Bis 40 Grad, unschlagbar stark. Tic-Tac erfrischt meinen Atem zwei Stunden lang. Dabei hat ein Tic-Tac gerade zwei Kalorien. Toll, nicht? Atlantico digital. encapsulation mit einer Figur. Tic-Tac gerade acht 시간. Monti Johann Strauss, BLT